Quick Tipp Nummer 27. Heute geht es darum, wie man in PowerPoint gerade Linien ziehen kann, was teilweise gar nicht so einfach ist. Wenn ich auf Einfügen gehe, dann auf Formen und manuell eine Linie auswähle, dann kann es manchmal schwierig sein, eine perfekt gerade Linie zu ziehen. Es sei denn, ich kenne diesen Trick. Und zwar halte ich einfach nur die Shift-Taste gedrückt. Ich gehe auf Einfügen, Formen, Linien, halte jetzt die Shift-Taste gedrückt und dann habe ich keine andere Wahl oder Möglichkeit, meine Linie schief zu zeichnen. Das geht horizontal genauso wie vertikal. Was mache ich, wenn meine Linie bereits schon da ist und offensichtlich nicht gerade ist? Anstatt die zu löschen und neu zu zeichnen, kann ich folgendes tun. Wenn ich zum Beispiel eine Form anklicke, wie in diesem Fall Rechteck und dann auf Formformat gehe, sehe ich ja hier entsprechend die Höhe und Breite davon. Dasselbe wird mir auch bei der Linie angezeigt. Allerdings ist meine Linie ja nicht zweidimensional, sondern eindimensional. Also ist in diesem Fall die Höhe, die Länge meiner Linie. Und die Breite 0,2 ist die Art und Weise, wie schief oder gerade meine Linie aussieht. Das bedeutet, wenn ich das jetzt auf Null stelle, ist meine Linie schon gerade. Pro-Tipp, damit es noch schneller geht, du kannst per Rechtsklick diese Einstellung zu deiner Symbolleiste hinzufügen. Und wenn du solche Linien hast, geht das Ganze noch schneller. Ich klicke meine Linie an, habe diese Einstellung sofort hier griffbereit, stelle das Ganze auf Null und schon ist meine Linie wieder gerade. Hat dir mein Tipp gefallen, dann freue ich mich über deine Vernetzungsanfrage. Ansonsten kannst du gerne auch meinen YouTube-Kanal abonnieren oder vielleicht hast du auch Lust, bei meinem Online-Kurs vorbeizuschauen. Der nächste startet am 1. Februar. Ich freue mich auf die nächsten Tipps. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.